Hallöchen, schön dass ihr da seid. Was kann ich hier für euch tun? Uh, die Panzer zerstört. Ich hab's schon mitbekommen. Also ich glaub mit den Granaten kann man sie nicht zerstören. Achso, ja natürlich. Ich muss ihn halt erschießen, weil zwei oder drei Granaten töten ihn einfach nicht. Das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Aha. Boah. Oh, jetzt wagt das schon wieder. Ich weiß nicht warum. Na jetzt lauf ich schon wieder. Aber wir sind ja zum Glück am Ende der Mission. Achtung an alle Luftlandeeinheiten. Wir haben jetzt Zugang zum Kontrollraum. Rücken Sie vor und greifen Sie den Feind an. Scharfschütze. Okay, wir sind halt wohl doch noch nicht am Ende der Mission. Ich hab gedacht wir hätten's jetzt erledigt. Zu früh gefreut. Naja, was soll's. Aber schade, er gibt mir nicht seine Waffe. Ich glaub ihr benutzt auch nur das G, ähm, 43 oder 34. Ne, 43 oder? Ich bin wahrscheinlich schon über dem zweiten Stock. Oder? Komme ich jetzt in den zweiten Stock? Nein, ich komm noch gar nicht rein. Jetzt bin ich drin. Aber die Action geht einen Stockwerk tiefer ab. Scherp. Blau. Deckung. Schießen. G 43 hab ich aufgerüstet. Aua, 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 aua. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh du liebes Sturmgewehr. Gib mir die Kraft! Wapapapapa, nicht sterben. War da hinten irgendwo Health? Ich glaube nicht. Danke sehr. Jetzt verliere ich sie gleich wieder und bin gleich tot. Nein, 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 ihr macht jetzt Scherze, ne? Das ist jetzt gerade alles ein ganz, ganz schlechter Scherz. Hat die Kerl versucht, ihn zu knüppeln? Wie dreist ist der denn? Wow, ich lebe immer noch. Wow. Geht weg damit mit den Kanaten. Nein, 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 nein. Da drin ist Leben. Ich sterbe jetzt nicht. Tut mir leid, wenn ich euch das jetzt versaut habe, Leute, aber so nicht. Nicht mit mir. Oh, und hier ist noch einer drin. Ach, den darf ich nicht sprengen. Schade. Kaputt. Äh, über mir. Ah ja, gut. Weiter. Wollte gerade sagen, hä, über mir? Hopp, 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 hopp. Ah, es war nur einer. Ich hab dich auch ganz doll lieb da hinten. Aber auch nur, wenn du da hinten bleibst oder auf den Tisch steigst, ist mir egal. Wie, ich hab das jetzt schon zerstört hier? Wie hab ich das denn jetzt geparkt? Gleich. Der hat nur auf mich geschossen, Leute. Das müsst ihr verstehen. Oh Gott. Auf in den Keller. Ein Cutscene. Ich erwarte Böses. Ich brauch mehr Sprengstoff. Travis, wie in alten Zeiten, hä? Bereit, Sir. Kabel überprüfen und dann überprüfen Sie sie nochmal. Ja, Sir. Der Abwasserkanal hier ist unser Fluchtweg. Sobald Private Worth die Kabel überprüft hat, stoßt wir zu einem Sprengkommando, das dieses Ding in die Luft jagen wird. Ich höre Sie! In die Kanalisation, vorwärts! Äh. Lasst mich nicht allein. Lasst mich nicht allein.